Diese Begegnung ist kein Zufall, oder, Gandalf? Nein, ist sie nicht. Der Arkenstein ist weit weg von hier. Begraben unter einem feuerschweinigen Drach. Und darum brauchen wir einen Meisterdieb. Ich ziehe in ein Abenteuer! Vor den Hügeln des Auenlandes. Zu den Tiefen von Orkstadt. Und was machst du jetzt, Zauberer? Jenseits der Dunkelheit des Düsterwalls. Bis zu den Schatten des einsamen Berges. Drache! Erlebe das Abenteuer. Wie nie zuvor. Tiefluft holen. Das Schlimmste liegt hinter uns, würde ich sagen. Lego, der Hobbit. Das Videospiel.